also dann schauen wir mal was ich hier machen wollte ich wo habe ich nie 1 2 es bringt ein glück von zusätzlichen schaden besser und angriffswert ich denke ich mache das mal fertig das ist die letzte schule die er noch lernt dann habe ich eigentlich alle fähigkeiten fertig ich hier macht ja eigentlich machen ja die beiden schon ich glaube ich werde mal hier glücksbringer einfach machen zwei punkte da rein und da habe ich jetzt noch drei ich könnte natürlich auch einen von den beiden hier schlagen brennend eingefroren stumm verzaubert betäubt oder so machen das so talent da wollte ich entweder blühende leben oder frühaufsteher 1.380 1.220 mehr ich suche hier ne brauche ich eigentlich nicht ein rauch der frühaufsteher oder das ich weiß nicht ich weiß nicht 3456 1 1 2 2 0 ... 3 0 Und noch ein? Ja. Bis jetzt bin ich halt noch nie gestorben. Ich weiß nicht, ob es wirklich viel bringt. Wir werden voller Lebenskraft wiederbelebt. Kann nicht niedergeschlagen werden. Also von denen hier ist... Höter pro Runde... Doch im Maximalum 2... Pack Ebel... Das ist doch was. Das bringt ihm auch nicht viel. Blutzauer finde ich nicht doll. Ich würde von Zaubern und Schrift freuen. Das vielleicht, oder? Aber die Sachen hier zählen nicht als Zauber, ne? Ist das eigentlich irgendwo eine Reichweite? Mach doch da 15. Erzählt das? Ich glaube, ich nehme das blühende Leben. Oder früh aufstehe halt einfach... Und wir nehmen einfach früh aufstehe. So, dann kann ich bei Ihnen gleich die Sachen noch einlernen. Also... So. Okay. Ihn haben wir auch ja weg. Bei ihr... Ähm... Sechs Punkte... Ich denke, ich werde mal Hydro... Und die anderen hebe ich auf, damit sie dann mit der nächsten Stufe Hydro 5 kriegt. Jetzt aber noch 2, ja. Sie kann frühe Aufsteher gar nicht. Körperstärkung 1, oh. So. Er hat... Ah, er hat frühe Aufsteher. Aber warte mal, ne. Er hat frühe Aufsteher. Dafür hat sie ja Tierfreund. Was für... Abgefahren? Besserwisser? Elementar? Wissenschaftler. Achso. Okay. Hat auch noch einen Punkt. Tu meine Fresse. Ja. Da machen wir auf jeden Fall Zwillingswaffen weiter. Ich höre bei ihm den einen Punkt hebe ich auf. Das ist immer noch... Ich weiß nicht, bringt bei ihm nicht so wirklich. Hier habe ich 2. Ah, 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 ah. Ah, nur mit Stehaufmännchen. Lass uns erst mal so. So, was habe ich jetzt für Schlüssel? Lucula Tempel, Lusula Tempel und Kirchenfalt. Wo ist denn der Lusulla-Tempel? Neos, letztes Oh. Ein weiterer Sternstein, ein weiterer Raum. Wir troffen auf ein Eis-Elementar, das uns mit unseren Eisfähigkeiten helfen kann. Ja. Äh. Da hat er die Kiste, also. Wird er der weißen Hexe. Wird er weiß. Lusulla. War das das Ding da? Oh, ich hoffe so, mein Lieber. Ja, ich weiß, bei euch konnte ich auch noch nicht wirklich helfen. Bei die Toten hier. Wie wurde das nicht? Was ist denn da unten? Was soll hier sein? Hm. Was soll hier sein? ich stehe doch richtig muss ja hier sein so und hier wie kommt man per dings nur oder was nicht erreichbar oder so eine kiste auf 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 und aber was wir hier alles haben einhand machete der flinkheit luft dreh sie kein leben drauf schade so schau ich meine straße nach seissier Äh, wo war das? Hier. Hier ist es. Secken. Tempel. Das Pavia des Todes war das, oder? Hm. Kann ich die Karte wechseln? Nee, ne? Wollen wir nochmal kurz zurück. Ich weiß leider nicht. Warum habe ich denn bei Hauptmann A. Reus? Warum ist der immer noch gelb? Nein, hier war das nicht. Nein, mit Drohnen, ja. Da bin ich auch noch nicht. Hm. Hm, hm, hm. Gehen wir mal in die Kirche. Kirche. Schau da. Ein Portal. Können wir wissen, wo es geht? Die sieben Blutsteine. Ich weiß. Zwei Blutsteine. Zwei Blutsteine. Okay. 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 Notiz von Leuk. Diese Notiz ist in Leuks akkurater Kalligrafie verfasst. Sie beschreibt. Sie beschreibt bildreich und mit vielen Adjektiven die Methode, mit der ein Sternenstein in einen Blutstein verwandelt wird. Zuerst wird das Blut des Geopferten auf den Sternenstein geträufelt. So entsteht ein Blutstein. Sobald der Blutstein einmal zum Haien benutzt wurde, wechselte er in seinen ursprünglichen Zustand zurück und war wieder zu einem Sternenstein. Sehr komplexe Methode. Würde ich auch aufschreiben. Dass man das ja nicht vergisst, wie es geht. Habe ich jetzt nicht schon einen Haufen von dem? Wie viel habe ich denn jetzt? Jetzt habe ich vier Stück. Ich glaube, ich müsste die mal benutzen. Damit ich die Portale kriege in der Heimstätte. Teste mal eben was. Ich glaube nämlich, wenn ich die jetzt alle benutze. So. Ende der Zeit. Ah, liebe, liebe Starstone-Kommanderer. Ich entschuldige mich für den Staat, in der Ihre Hormstätte ist. Es ist wie ein Zoo in hier. Oder besser. Ein Imperium. Das ist richtig. Es gibt eine Unstimmigkeit in dieser Aussage, auf die ich hinzuweisen, ich mich veranlasste. Ich weiß, ich weiß. Aber wirklich. Sie sind zane, sie sind exasperatend, sie sind unprediktabel. Und sie haben über so viel Use für die Geschichte, als eine professionelle Claire Boyant hat. Erzähl mir ein wenig mehr über diese Version, über diesen Verein von Six Sechsen. Bande? Warum? Ich bin niemals von ihnen. Ich bin nicht einer von ihnen. Ich bin nicht einer von diesen Exilien, die sich für die Dämonen und ihre eigenen Inadäquen. Okay, Drogen und Alkohol, also er ballert sich einfach weg. Habe ich jetzt neue Sachen geöffnet? Hätte ich halt gedacht, ich habe jetzt damit Portale wieder geöffnet. Weil wir nicht. Ah, hier ist er. Oh. Ich hebe sie noch auf. Ich würde den High-Effekt gerne mal in einem Kampf nutzen, aber jetzt waren die Kämpfe nie so fordernd, dass ich den High-Effekt mal einsetzen musste. Das ist das Problem. Gucken wir mal, wo ihr rauskommt. Okay. Das hier und... Nee. Was habe ich denn jetzt entdeckt? Hä? Ach so. Das ist auch ein Schädel. Okay. Ähm... Aber jetzt habe ich ja noch gar nicht... Wir befanden uns in einem unvertrauten Wald, in dem wir makellose lebten. Vielleicht gibt es eine Siedlung in der Nähe. Okay. Okay. Der Wahrheit. Wehrscharf. Infall wir... Hm. Mache ich nicht zuerst? Gehe ich jetzt hier erst lang oder gehe ich durch die Wüste? Wo war das jetzt? Ah, hier. Wir haben den Schlüssel zum Keller. Der Abschiedsübertal. Was könnte er dort aufbewahren? Okay. Koppelndorf. Aber noch gelb, ne? Da drüben. Oder wie komme ich denn jetzt am besten hin? Prüfungsstätte der Makellosen? Schau nochmal raus. Äh... Nee. Das war natürlich genau der gleiche Port. Gibt es keinen besseren Weg hier? Prüfungsstätte. Ich glaube, ich werde erst mal durch die Wüste gehen. Ja, wieso kommt ihr? Wieso laufen die nicht? Gebt mit euch. Oh, die Tür ist wieder zu. Jetzt ist es wieder auf. Jo. Das sieht aus wie der Schädelder von Pontius Piratus. Ich brauche, ich brauche es wieder auf. Jo. So, dann schauen wir uns mal hier rum. Which ist er. Ich brauche perder. So, dann laufen wir uns mal hier rum. Vielen Dank.